7 und 9, 4, 3, RS2, der Supermix. Da ist mir so ultra glatt an der Zunge festgefroren, 7 Uhr 3 und 40, Moment mal. Wirklich kalt heute Morgen, machen wir das Fenster zu hier. Oh Gott! Oh Gott! Also den kannst du echt nicht machen lassen. Oh. Wir müssen das jetzt mal kurz erklären für alle, die das natürlich nicht sehen konnten. Alex kraft das Fenster zu und die Jalousie bricht ab. Die Jalousie hätte mich fast erschlagen und das ist ein ganz schöner Riesen-Oschi irgendwie. Hallo Technik, wir brauchen mal Unterstützung. Das ist doch unfassbar mit diesem Menschen. Support bitte in Studio A. Aber dafür, man muss das mal positiv sehen, ist jetzt das Fenster zu. 9, 4, 3, RS2, der Supermix.